Amando Torres, Begegnungen mit dem Nagual, kleine Tyrannen anpirschen. Trotz all seiner Erklärungen war mir die praktische Seite der Kunst des Pirschens immer noch ein Rätsel. Im Laufe der Jahre führte ich einige der anderen Übungen erfolgreich aus. Ich rekapitulierte, erreichte die innere Stille und machte sogar Fortschritte im Träumen. Doch wann immer ich mich im Pirschen versuchte, erzielte ich nur vage Ergebnisse oder es endete damit, dass ich mir lächerlich vorkam. Offenbar wusste Carlos über meine Anstrengungen Bescheid. Irgendwann rief er mich an und sagte zu mir, mach es nicht so kompliziert. Du machst dir eine Karikatur aus den Lehren. Wenn du Pirschen willst, dann beobachte dich selbst. Wir alle sind vorzügliche Jäger. Pirschen ist eine natürliche Begabung. Wenn wir Hunger haben, dann unternehmen wir etwas dagegen. Kinder weinen und erreichen so, was sie wollen. Frauen verführen Männer und Männer rächen sich an anderen Männern und betrügen ihre Geschäftspartner. Pirschen bedeutet, das zu bekommen, was du haben willst. Wenn du dir der Welt, die dich umgibt, bewusst wirst, dann wirst du verstehen, dass das schlichte Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit bereits eine Form des Pirschens ist. Das haben wir gelernt, lange bevor sich unsere Unterscheidungsfähigkeit entwickelt hat. Wir halten es für etwas Natürliches und stellen es nie in Frage. Aber all unsere Handlungen selbst, die altruistischsten, sind vom Geist eines Jägers durchdrängt. Der Durchschnittsmensch hat keine Ahnung davon, dass er pirscht, weil sein Charakter durch die Sozialisation geprägt wurde. Er ist davon überzeugt, dass seine Existenz wichtig ist. Und daher dienen seine Handlungen der Aufrechterhaltung der eigenen Wichtigkeit und nicht der Erweiterung des Bewusstseins. Carlos betonte noch einmal, dass es eine der Grundeigenschaften der eigenen Wichtigkeit sei, dass sie uns verrate. Wichtige Leute sind nicht im Fluss. Sie blasen sich auf und geben mit ihren persönlichen Eigenschaften an. Sie haben weder die nötige Anmut, noch die Geschwindigkeit, sich zu verstecken. Ihre Leuchtkraft ist zu starr. Nur wenn sie nichts mehr zu verteidigen haben, können sie beweglich werden. Die Methode der Zauberer besteht darin, sich auf neue Art und Weise auf die Realität zu konzentrieren, in der wir leben. Statt immer neue Informationen anzuhäufen, versuchen sie, ihre Energie zu verdichten. Ein Krieger hat gelernt, sich selbst anzupirschen und trägt nicht länger die Bürde, seiner Umwelt ein bestimmtes Bild von sich präsentieren zu müssen. Niemand bemerkt ihn, wenn er es nicht will, und zwar, weil er an nichts gebunden ist. Er ist ein Jäger, der gelernt hat, über sich selbst zu lachen. Er erzählte mir, wie seine Lehrerin Donna Florinda Mattus ihn gelehrt hatte, unauffällig zu sein. Gerade zu der Zeit, als ich anfing, mit meinen Büchern viel Geld zu verdienen, schickte sie mich zum Arbeiten in eine Autobahnraststätte, wo ich Hamburger braten sollte. Einige Jahre lang schuftete ich dort, mein Geld stets vor Augen, aber ohne jede Möglichkeit, es auszugeben. Sie meinte, dadurch würde ich lernen, auf dem Teppich zu bleiben und meine Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe meine Lektion gelernt. Wenig später bekam ich eine weitere Gelegenheit, unsichtbar zu sein. Ich hatte einige Kakteen zum Haus eines Freundes gebracht und war gerade dabei, diese einzupflanzen. Plötzlich erschienen zwei Reporter der Times, die schon lange auf der Suche nach mir waren. Sie hielten mich vor einen Arbeiter und fragten nach dem Herrn des Hauses. Ich zeigte auf die Tür und sagte ihnen, dort müsst ihr klopfen. Mein Freund antwortete auf die obligatorische Frage, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Die Reporter gingen wieder und fragten sich, wo zum Teufel dieser Castaneda bloß sein könnte. Er fuhr fort zu erläutern, dass das Problem der eigenen Wichtigkeit eine sehr persönliche Angelegenheit sei und deshalb jeder Krieger die Lehren an seine individuellen Bedingungen anpassen müsse. Aus dem Grund seien die Techniken der Pirscher extrem flexibel. Dennoch sei das Training für jeden dasselbe. Es ging stets darum, sich von überflüssigen Gewohnheiten zu befreien und genügend Disziplin aufzubringen, um die Zeichen der Absicht zu erkennen. Diese beiden Errungenschaften stellen in seinen Augen echte, persönliche Leistungen dar. Die beste Art und Weise, einen solchen Grad an Disziplin zu erlangen, ist es, aktiv mit einem kleinen Tyrannen umzugehen. Auf meine Nachfrage hin erklärte er mir, dass ein kleiner Tyrann jemand sei, der es uns unmöglich mache, unser eigenes Leben zu führen. In früheren Zeiten hätten uns solche Leute körperlich verletzen oder sogar töten können. Heutzutage gäbe es diese Art von kleinen Tyrannen bei uns praktisch nicht mehr. Da wir uns selbst eine so unerhört hohe Wichtigkeit zuschreiben, könnte uns jeder Mensch, der uns ärgere, als kleiner Tyrann dienen. Wir sollten diesen Situationen nicht aus dem Weg gehen und uns damit konfrontieren. Nicht mit dem kleinen Tyrannen, sondern mit unserer eigenen Dummheit. Kleine Tyrannen sind nötig, weil die meisten von uns faul sind, um sich aus eigenem Antrieb zu ändern. Ein kleiner Tyrann bringt Bewegung in unser starres Selbstbild und durch ihn werden unsere Schwächen sichtbar. Er bringt uns dazu, der Wahrheit ins Auge zu sehen, nämlich, dass wir nicht wichtig sind. Und er wird uns dies durch seine Handlungen immer wieder demonstrieren. Lernen, damit umzugehen, ist die einzig wirklich wirkungsvolle Weise, das Pirschen zu verfeinern. Ein kleiner Tyrann ist so wichtig für diese Aufgabe, dass es für einen Lehrling zu einer echten Obsession werden kann, einen geeigneten Kandidaten zu suchen und mit ihm in Kontakt zu treten. Für einen Krieger ist aufrichtige Dankbarkeit die einzig angemessene Antwort darauf, wenn er einen kleinen Tyrannen gefunden hat, der zu ihm passt. Kleine Tyrannen gibt es viele. Was aber selten ist, ist der Mut, bewusst nach ihnen zu suchen und mit Hilfe des Pirschens eine Verbindung mit ihnen einzugehen. Man muss ihren Ärger förmlich provozieren, sich ihrem Einfluss aussetzen und gleichzeitig passende Strategien für den Umgang mit dem kleinen Tyrannen entwickeln. Normalerweise laufen wir unser Leben lang genau vor den Situationen davon, die Schmerz, Angst oder Verwirrung hervorrufen. Auf diese Weise bringen wir uns selbst um eines der wertvollsten Werkzeuge, die der Geist für uns bereitgestellt hat. Mit welcher Strategie tritt man solchen Feinden entgegen? Zuerst einmal dürfen wir sie nicht als Feinde betrachten. Sie sind unfreiwillige Verbündete unserer eigenen Sache. Und nie darf man aus den Augen verlieren, dass wir diese Schlacht nicht für das Ego schlagen, sondern für unsere Energie. Es geht darum, dass wir gewinnen und nicht darum, dass der andere verliert. Ein kleiner Tyrann weiß das natürlich nicht und das ist sein Schwachpunkt. Ich hatte das Privileg, mit mehreren solcher Leute zu tun zu haben, aber ich hatte nie eine so außergewöhnliche Begegnung, wie sie mein Lehrer hatte. Carlos erzählte mir, dass ihm zu Beginn seiner Lehrzeit vor allem die eigene Ungeduld im Wege stand, wenn es um das Pirschen ging. Um ihm zu helfen, verlangte Don Juan von ihm, eine Freundschaft mit einem Mann einzugehen, der in einem Altersheim lebte. Als ich ihn kennenlernte, stellte sich heraus, dass er ein nervtötender Aldermann war. Er hatte die Angewohnheit, jedem immer wieder von seinem Erlebnis aus seiner Jugend in den 20er Jahren zu erzählen. Damals saß er in einem italienischen Café, als plötzlich ein Auto vorfuhr. Einige bewaffnete Leute sprangen heraus und begannen mit Maschinengewehren in Richtung des Cafés zu schießen. Mein Freund hatte Glück. Er versteckte sich unter einem Tisch und kam unverletzt davon. Diese Anekdote erzählte ganz offensichtlich vom einzig bedeutsamen Ereignis im Leben des alten Mannes. Das Pech für alle anderen war, dass der alte Mann unter Vergesslichkeit litt und nicht mehr wusste, wem er die Geschichte schon erzählt hatte. Ich musste viele Jahre lang darunter leiden. Jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, packte er mich am Arm und fragte »Habe ich dir schon erzählt, wie ich von ein paar Gangstern angegriffen wurde?« Ich empfand Mitleid für ihn, weil er mich an meine eigene, ungewisse Zukunft erinnerte. Irgendwann hatte ich aber die Nase voll. Ich ging zu Don Juan und sagte »Ich ertrage diesen alten Mann nicht länger. Er macht mich wahnsinnig. Sag mir, warum ich ihn immer noch besuchen muss.« Aber Don Juan blieb unnachgiebig. Er befahl mir, dass ich den alten Mann von nun an jeden Tag besuchen oder meine Lehrzeit beenden müsse. Aufgrund seiner Drohung nahm ich all meine Geduld zusammen, um die Aufgabe zu Ende zu bringen. Manchmal stellte ich mir in meiner Fantasie vor, dass der alte Mann vielleicht gar nicht der war, der er zu sein schien. Das gab mir Mut, mit dieser Aufgabe fortzufahren. Bis ich eines Tages in das Altersheim kam und man mich darüber informierte, dass mein Freund gestorben war.